Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In der Bibel lesen wir oft, dass wir geduldig sein sollen. Geduld ist eine Geistesfrucht, die in unserem Leben wachsen sollte. Das gelingt uns nicht immer, vor allem wenn Gott nicht gleich eingreift in unsere Probleme. Da verlieren wir dann oft die Geduld. Verliere nicht den Mut, bleib dran, habe Geduld und vertraue auf Gott. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute ein Thema, nicht gebraucht, sondern nur benutzt. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Nicht gebraucht, nur benutzt. In dieser Zeit, in dieser Adventszeit hat so vieles einen Namen. Es hängt viel mit Christus zusammen. Und da gibt es den Christbaum, den Christstollen, es gibt den Christtag und auch so vieles, vieles andere mehr. Da steht Christ drauf, um auch Geschäfte zu machen, um irgendwelche Gefühle zu wecken. Aber die wenigsten denken daran irgendwie an Christus. Es ist einfach ein Name. Und in Jesaja 9, Vers 5 steht, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Ist das nicht gewaltig, so jemand zu ignorieren? Wie ist doch das eigentlich furchtbar? So jemand, der wirklich Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede fürst darstellt, in dieser Adventszeit, in dieser Zeit. Jesus kam nicht wegen Weihnachten. Er kam wegen dir. Und das ist das Wunderbare. Er kam wegen dir. Und nicht für die Weihnachtszeit, sondern für dein ganzes Leben. Jesus ist keine Religion. Jesus ist eine Beziehung, die du mit ihm haben kannst. Eine lebenslange Beziehung. Und das ist das, wo wir wirklich an Weihnachten darüber nachdenken können. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, sage ja zu Jesus. Er möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Und das ist so wunderbar. Und danke, Herr, dass du der Gott bist, der Herr bist, dass du auch Jesus bist, der für uns gekommen bist. Und Gott, ich sande auf diese Erde. Ich danke dir, dass wir mit dir eine Beziehung haben dürfen. Wie es auch im Wort heißt, mit dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und danke, Herr Jesus, für diese Beziehung. Lass diese Beziehung wieder stärker werden in dieser Adventszeit. Und Herr, dass wir diese Intensität der Beziehung beibehalten. Auch durchs Jahr durch. Durchs nächste Jahr auch. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir möchten auch heute wieder für Anliegen beten. Und ein Neugeborenes braucht Gottes Hilfe. Bitte betet für das Neugeborene meiner Verwandten. Das Baby hat keinen Darmausgang und muss operiert werden. Um Kraft für die Familie und vor allem um Gesundheit für das Baby. Und Jesus, du kennst auch diese Familie und dieses Baby. Und ich danke dir, dass du auch da der Herr bist. Und dass du da das wieder so herstellst, wie du es gedacht hast. Und ich danke dir, dass du diese Fehlstellung wieder korrigierst. Und dass du ein Gott bist, der wieder herstellt. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass dieses Baby gesund sein darf. Danke, Jesus, auch für die Eltern, dass du ihnen Kraft schenkst. Dass du ihnen Mut gibst. Dass du ihnen Vertrauen schenkst in dich. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Wunder tust an diesem kleinen Kind, an diesem Baby. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und eine Mutter bittet um Gebet. Liebe Isolde, lieber Daniel, Ich bitte euch um Gebetsunterstützung für meinen Sohn. Ein junger Mann, der von Migräne in immer kürzeren Abständen dermaßen gequält wird, dass er verzweifelt. Ich habe Angst, dass er sich etwas antut, weil er die Schmerze nicht mehr aushält. Bisher konnte ihm niemand helfen, aber Gott kann es. Ich vertraue ihm. Bitte helft mir dabei. Danke euch von Herzen. Und das wollen wir gerne tun. Auch da vertrauen wir Gott, dass er eingreift. Dass da, wo niemand etwas tun kann, er es doch tun kann. Danke, Jesus, dass du diesen jungen Mann kennst. Und auch seinen Schmerzen. Und du weißt auch, dass niemand weiß, was herkommt, aber du weißt es. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Ursache jetzt beseitigt wird. Dass wir einfach diese Ursache abschneiden und entmachten. Und ich danke dir, dass deine Heilungskraft jetzt fließt und dass diese Kopfschmerzen ein Ende haben. Und ich danke dir, dass wieder Frieden in seinem Leben ist. Dass Freude in sein Leben kommt. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Wunder tust auch an ihm. Dass er dich erfahren darf, dass du ein realer Gott bist. Und wir danken dir, dass du wirklich Wunder tust. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Vater schreibt sein Anliegen für seine Tochter. Ich bitte sie, für meine 23-jährige kranke Tochter zu beten. Bei ihr wurde eine ganz seltene Autoimmunkrankheit festgestellt, wo weltweit kaum medizinische Studien bzw. Therapien vorliegen. Über Nacht ist sie an ein Beatmungssystem angeschlossen. Die Ärzte versuchen, mit diversen medikamentösen Therapien die Krankheit aufzuhalten. Wir vertrauen auf Gott, dass sie wieder gesund wird. Ja, da kann man nur auf Gott vertrauen. Was anders hilft da nicht. Und dafür wollen wir beten. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieser jungen Frau so, so nahe wirst. Und alles, Herr, was da nicht richtig funktioniert, rufen wir in deine göttliche Ordnung hinein. Ich danke dir dafür, Herr, dass diese Autoimmunkrankheit, Herr, du auch am Kreuz von Golgatha besiegt hast. Wo du gesagt hast, es ist vollbracht. Und danke, Herr, Herr, dass wir wirklich in Erwartung sind. Herr, für totale Normalität in diesem Körper. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und aus Frankreich kommt dieses Gebetsanliegen. Ich bitte euch um Gebetsunterstützung für das kleine Mädchen, das in meiner Nähe wohnt. Sie ist sehr krank und hat oft epileptische Anfälle. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und ich danke schon jetzt für das Heilungswunder und euch für die Gebete. Ja, es gibt wirklich keine Grenzen für Jesu Macht. Und ich finde es immer schön, wenn man nicht nur für sich Gebetsanliegen abgibt, sondern wenn auch das Umfeld um einem herum wirklich wichtig ist, wo man auch für den Nachbar und für solche Angelegenheiten betet und fürbittend damit einsteht. Und auch glaubt, dass Gott Gebet erhört, auch wenn diese Leute vielleicht gar nicht an Gott glauben. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der Wunder. Und danke, Herr, dass du jetzt auch bei diesem Kind bist. Du kennst jetzt auch diese ganze Not dort. Und ich danke dir dafür, Herr, dass dieses fürbittende Gebet bei dir gehört und auch erhört wird. Danke, Herr, dass du der Heiler bist, auch dieses Kindes. Herr, wir glauben es und wir freuen uns auf die Response davon. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau hat Folgendes mit ihrem Mann erlebt. Mein Mann erlitt am 19. Juni 2020 ein schreckliches Schädel-Hirntrauma. Er wurde erfolgreich operiert und war fünf Tage im künstlichen Koma und sieben Tage an der Beatmung. Ich bat euch um Gebetsunterstützung. Nach der OP waren wir dankbar und voller Hoffnung. In der anschließenden Reha ging es ihm wochenlang sehr schlecht. Ich habe mich wieder an euch gewandt. Der Herr hat eingegriffen und die Situation hat sich von einem Tag auf den anderen geändert. Der Herr hat Großes an meinem Mann getan. Vor ein paar Wochen konnte er auf eigenen Beinen und ohne Krücken die Reha-Klinik verlassen. Wir sind dem Herrn dankbar und glücklich. Danke für eure Gebete und Unterstützung. Dann eine Heilung in der Gebetsnacht. Ich wurde in der Gebetsnacht geheilt. Daniel sagte, Glaube ist der Sieg. Ich nahm es für mich persönlich. Meine Hände sind nicht mehr zittrig. Danke, Jesus. Auch meine Nerven wurden geheilt. Ich bin so froh und dankbar für sein Eingreifen. Ja, das ist wirklich eine Wendung in einem Leben. Und ein Mann berichtet uns, Ich habe um Gebet gebeten, dass Gott mich von meinen Schwindel- und Übelkeitsanfällen befreit und mich heilt. Schon während der Gebetsnacht fühlte ich mich von Gott berührt. Seither ist eine wesentliche Besserung eingetreten. Danke dem Gebetsteam für euer Gebet. Wie wunderbar. Und Gott macht keine halben Sachen. Und eine Frau aus Bayern schreibt uns dieses Zeugnis. Ich möchte mich bei euch für eure Fürbitte, für meinen Enkel bedanken. Sein Körper und die Beine waren voll eitriger Stellen. Er hatte eine Kehlkopfentzündung und auch die Zunge war entzündet, sodass er öfter nichts essen konnte. Am vergangenen Sonntag wurde er geheilt. Ich kann es heute noch nicht fassen. Welch großes Wunder der Herr an ihm getan hat. Gott allein gebührt die Ehre. Ja, und manchmal greift Gott gleich ein. Und manchmal dauert es auch ein bisschen. Ja, wenn Gott auch bei dir eingegriffen hat, lass es uns wissen. Es ist so schön, solche Erhörungen vorzulesen und sie machen wie der anderen richtig Mut. Du kannst über unsere WhatsApp-Nummer uns deine Gebetserhörung mitteilen. Und nun der Tipp des Tages. Denke mal darüber nach. Hast du wirklich eine Beziehung zu Jesus? Oder ist es nur dein lieber Gott? Oder irgendwo Jesus, den ich brauche, wenn ich in Not bin? Hast du eine Beziehung? Denk mal darüber nach. Falte deine Hände und sag einfach Danke. Danke, Herr Jesus, dass ich mit dir durchs Leben gehen darf. Es ist so wunderbar, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Du darfst uns gerne deine Anliegen schicken. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir beten gerne dafür. Und ich möchte dich einladen für nächsten Sonntag, den dritten Advent. Da haben wir wieder Gottesdienst. Isolde wird am Wort dienen. Und sei einfach mit dabei. YouTube oder Livestream. Oder natürlich komm vorbei und erlebe uns live. Auch gerne, wenn du nächsten Montag die Ermutigung der Woche haben möchtest, dann geh auf unserer Webseite ganz unten. Mach ein Haken dort rein. Ermutigung der Woche. Und du bekommst jeden Montag eine Ermutigung auf deine E-Mail-Box. Sei gesegnet und bis bald. Alles Gute. Der Herr segnet dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.